Die Europäische Kommission arbeitet an einem neuen Umweltstrafrecht. Das Umweltstrafrecht gibt es schon, auch in Österreich. Wie das Umweltstrafrecht funktioniert, das wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht gemeinsam ansehen. Das Umweltstrafrecht. Man könnte meinen, es ist totes Recht, weil es so selten zur Anwendung kommt. Trotzdem gibt es gerade auf europäischer Ebene wieder Bestrebungen, das Umweltstrafrecht ein Stück weit weiter zu entwickeln. In Österreich gibt es auch schon umweltstrafrechtliche Vorschriften und zwar in den Paragraphen 180 fortfolgende im Strafgesetzbuch. Was versteht man jetzt unter dem Umweltstrafrecht? Verallgemeinend könnte man sagen, wenn jemand entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag die Umwelt schädigt oder zum Beispiel Abfälle befördert, behandelt, transportiert oder Anlagen betreibt, die entweder für Menschen zu einer Gefährdung führen oder die für geschützte Umweltgüter zu einer lang anhaltenden Beeinträchtigung führen oder aber einen Beseitigungsaufwand verursachen, der größer als 50.000 Euro ist, dann begeht er eines dieser typischen Umweltstrafdelikte. Man merkt schon, es müssen ziemlich viele Voraussetzungen vorliegen, damit ein Umweltstrafdelikt überhaupt verwirklicht ist. In der Praxis ist eines der größten Probleme, dass die Umweltstrafdelikte meistens einen sehr langen Zeitraum schon zurückliegen, wenn die behördlichen Ermittlungen, wenn die kriminalpolizeilichen Ermittlungen oder aber wenn das Gerichtsverfahren dann tatsächlich abgeführt wird. Vieles kann man nach einer bestimmten Zeit auch gar nicht mehr so gut feststellen. Stellen wir uns vor, es geht beispielsweise um die Grundwasserverunreinigung, die allerdings nicht mehr in dem Zeitpunkt vorhanden ist, wo die Verhandlung stattfindet, wo es also um die Frage nach der Verwirklichung des Delikts an sich gegenüber dem Beschuldigten geht, weil das schlichtweg ausgeschwemmt worden ist. Dann müssen entsprechende Belege, entsprechende Beweise vorliegen, die im Nachhinein eine Feststellung dazu ermöglichen, dass einmal die entsprechende Verunreinigung vorgelegen hat. Wenn diese Belege nicht vorliegen, dann kann das Gericht nichts anderes mehr machen, als festzustellen, dass nichts mehr festzustellen ist.